Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Tobias Juber und in diesem Video sprechen wir über das Programm Born to One. Born to One ist ein Einladungsprogramm für Vendoren. In der Regel ist das aber bei den meisten Vendoren schon freigeschaltet. Und genau, das wollen wir heute noch ein bisschen diskutieren. Was ist das? Wie kannst du das als Vendor nutzen, wenn du es noch nicht hast? Oder wenn du ein neuer Vendor bist und damit halt anfangen möchtest. Fangen wir aber erstmal an, warum es Born to One überhaupt gibt. Wenn du ein Vendor bist, du legst Produkte an, die Produkte sind im besten Fall schon von anderen Anbietern auf Amazon gelistet und werden auch schon gekauft. Dann, wenn du das Produkt anlegst, wird Amazon das identifizieren und Amazon kennt natürlich den aktuellen Abverkauf auf den Marktplatz, auf den du verkaufst. Und dann wird Amazon für dieses Produkt eine Order betätigen bei dir, die du dann bestätigen kannst und dann rausschicken kannst. Ganz normal. Das Problem gerade jetzt in der Zeit seit 2022 und jetzt im Jahr 2023 ist es ja so, dass Amazon viel restriktiver in den Ordern, in den Bestellungen selber ist. Weil Amazon natürlich jetzt Probleme in Bezug auf Liquidität, nicht Liquidität, aber in Bezug auf Profitabilität hat und da eher konservativ plant. Und wenn du jetzt neues Produkt launchst, also du legst neues Produkt an, das ist noch nicht von anderen Resellern gelistet, weiß Amazon ja noch nicht so, hey, wird das Produkt laufen und wie viel soll sich ordern? Und ist da oft heute eher nicht direkt am Ordern. Bedeutet, mit Bond One kannst du als Vendor, als Lieferant von Amazon Bestellung anfordern. Du kannst also, wenn du ein Produkt anlegst, sagst, hey, Amazon bitte hier order das Produkt. Wie gesagt, das ist ein Einladungsprogramm, was auf Einladung basiert. In der Regel haben es aber fast alle Vendoren. Und wenn du es jetzt noch nicht hast, du findest das im Vendor Central unter Bestellungen. Dann öffnet sich dieses Dropdown-Menü, dann Bestellung initiiert vom Lieferanten. Und dann klickst du drauf und dann kannst du Bond One starten. Bond One selber kostet so kein Geld. Also es ist nicht so, dass es eine Man-Fly-Fee gibt oder einen Prozentsatz, den du zahlst, sondern er soll dir als Lieferant einfach helfen, wenn du weißt, hey, wir haben Produkte, die werden laufen. Und da kommen wir jetzt schon zum Thema. Es gibt zwei, drei Möglichkeiten, wann Bond One Sinn macht. Im ersten Fall, du launcht neue Produkte, die noch keinen Track Record haben auf Amazon oder auch auf anderen Kanälen, sodass Amazon die Menge abschätzen kann. Dann kannst du als Lieferant sagen, hey, Amazon, ich glaube, dieses Produkt, diese Asin wird sich innerhalb von zehn Wochen eine gewisse Summe, eine gewisse Anzahl verkaufen. Also du schätzt die Abverkaufszahlen der jeweiligen Asin für zehn Wochen ein. Das wäre so der erste Schritt, wenn du ein neues Produkt launchst. Die Alternative ist, du hast schon ein gut laufendes Produkt, du hast ein Produkt, was läuft und du bewirbst, also du weißt, dass da zukünftig mehr Bestellungen reinkommen in den nächsten zehn Wochen und du willst Amazon vorwarten, hey, order das Produkt ein bisschen mehr. Amazon hat das Produkt teilweise schon geordert oder hat es noch auf Lager. Du möchtest aber mehr ins Lager schicken. Kannst du einem nicht einfach mehr reinschicken, sondern du musst Amazon davon überzeugen, das Produkt mehr zu ordern. Das geht über externe Sachen, wie du machst mehr Ads, du machst mehr Promotions, dann orderst du Amazon mehr, weil du mehr abverkaufst. Oder du nutzt Point-to-One. Zum Beispiel machen das Kunden, wenn die jetzt eine TV-Sendung haben oder einen TV-Werbespot eher oder andere externe Effekte stattfinden, wo der Lieferant dann sagen kann, hey, Amazon, hier kommen mehr Orders, hier kommen mehr Nachfragen und die aktuelle Menge, die du bei mir orderst, reicht für dieses bestimmte Produkt gerade nicht aus. Dann kannst du, obwohl Amazon das Produkt schon auf Lager hat, nochmal ein One-to-One starten, um das Produkt einfach häufiger nochmal auf Lager zu haben. Die dritte Möglichkeit ist einfach, du hattest Produkte angelegt. Amazon hatte da auch schon Bestellungen getätigt. Du konntest diese Bestellung aber nicht genehmigen oder freigehen, weil das Produkt hat es noch nicht auf Lager oder irgendeine andere Sache. Die wurde schnell abverkauft über einen anderen Verkaufskanal. Oder Amazon hat das Produkt jetzt nicht wieder geordert. Dann kannst du da mit Point-to-One starten. Also das sind so in der Regel die drei häufigsten Anwendungsfälle, warum ein Lieferant Point-to-One nutzen möchte. Bei Point-to-One ist es ja so, du gehst halt Lieferant da über Bestellung und dann Bestellung initiiert über Lieferanten. Und dann musst du halt, wie gesagt, für diese zehn Wochen, du wirst immer auf diese zehn Wochen kommen, diese zehn Wochen ist der Abverkaufszeitraum für Point-to-One. Und da musst du für, kannst für eine Asen, kannst für mehrere Asens, es gibt keine beschränkte Anzahl an Asens, die du für Point-to-One nutzen kannst. Es gibt aber einen Euro-Betrag. Ich kaufe neue Vendoren, die geht bei 10.000 Euro und die kannst du aber relativ leicht über deinen Vendor-Manager auf 40.000, 50.000 Euro erhöhen. Also Order-Volumen über Point-to-One, das jetzt sollte nicht das Problem sein. Du definierst dann die voraussichtlichen Verkaufszahlen für zehn Wochen. Amazon schaut sich das an, der E-Cars ist ja eh schon drin und entscheidet eigentlich so innerhalb von zwei bis vier Stunden, das ist so unsere Erfahrung, bis maximal zwei Tage, ob Amazon die Order annimmt. Und wir haben jetzt gerade eine Point-to-One gestartet, beispielsweise haben wir zehn Produkte reingeworfen, weil sie über zehn bis 50 Units pro Asen und Amazon hat davon zum Beispiel 80% des Point-to-Ons angenommen. Es kann also sein, dass Amazon gewisse Produkte in einen Point-to-One gar nicht annehmen wird. Du wirst, wie gesagt, innerhalb von zwei bis vier Stunden in 80 bis 90% der Fälle eine Antwort bekommen. Gehst einfach wieder auf Point-to-One im Vendor-Settel und da siehst du dann, ja, was angenommen würde und was halt nicht angenommen würde. Dann wird das Ganze mal in einer PO sichtbar und dann kannst du das halt rausschicken. Da ist auch für die Bestellabwicklung selber keine extra Labels oder so, es ist eine ganz normale PO im Endeffekt. Es ist einfach nur ein externer Input an Amazon, hey, order mal das Produkt in dieser Menge. Was hat es jetzt mit zehn Wochen zu tun? Also Amazon möchte halt wissen, Amazon möchte nicht für ein Jahr Ware auf Lager setzen, sondern mal für zehn Wochen und du schätzt halt den Abverkauf für zehn Wochen pro Asen ein. Und diese Anzahl wird dann auch genommen, um zu sehen, hast du das erreicht. Was passiert, wenn du innerhalb dieser zehn Wochen nicht den gesamten Point-to-One-Lager schon abverkauft hast? Dann gibt es zwei Möglichkeiten, die musst du auch vorher definieren, bevor du Point-to-One startest. Dann gibt es entweder einen 25-prozentigen Discount, eine Retention-Fee auf deinen E-Car bei den Produkten. Also Amazon wird dir für die Produkte, die noch im Lager sind, 25 Prozent abziehen vom E-Car. Und dann wird Amazon die weiterbehalten und verkaufen. Zweite Möglichkeit ist, Amazon schickt dir alle überstehenden Bestände zurück. Du zahlst halt 100 Prozent des E-Cars und bloß Arbeitungszeit, Arbeitungskosten, Versandkosten trägst du. Wir hatten bis jetzt noch nie einen Kunden tatsächlich in der Betreuung, der die zweite Möglichkeit, den Rückversand genommen hat, sondern alle unsere Kunden sagen, hey, lieber behalt die nicht verkaufbaren Einheiten und nimm dir 25 Prozent Discount. Deswegen solltest du jetzt auch nicht zu übermütig sein und sagen, hey, 1.000 Einheiten, obwohl du irgendwie davon rechnest, dass du 200 verkaufst. Amazon ist auch nicht blöd. Die werden auch nicht zu viel akzeptieren. Die werden dir auch teilweise einen Gegenvorschlag machen, was die da akzeptieren, genau. Das dazu. Wie gesagt, 25 Prozent Retention-Fee oder diese 100 Prozent mit Rückversand. Wie gesagt, fast alle unsere Kunden nutzen die 25. Wir nutzen, wir sind auch immer relativ konservativ. Auch unsere Kunden sind relativ konservativ bei Bond-to-One, weil wir wollen ja nur initial das Produkt starten. Damit es überhaupt mal im Lager ist, dass wir mal die Buy-Box gewöhnen, dass wir mal Werbung starten können, etc. Genau, es gibt keine zusätzlichen Gebühren, also es gibt keine Bond-to-One-Fees wie bei Vine oder so, die du zahlen musst, sondern das ist einfach 25 Prozent oder halt die komplette Rückerstattung. Wichtig, du musst keine Kampagnen schalten im Vorhinein, damit du für Bond-to-One freigeschaltet wirst. Das war, glaube ich, mal eine Voraussetzung, aber es ist keine Voraussetzung, dass du vorab schon AMS machst, also Amazon Marketing Service, also Sponsor-Product, Sponsor-Display, musst du nicht machen. Es gibt auch keine Mindestvieh. Amazon schlägt halt vor, das zu nutzen, damit das Produkt auch abverkauft wird. Dann, wenn wir mal kurz zum Zeitraum gehen, es sind halt diese 10 Wochen, 70 Tage. Wichtig, in dem Zeitraum musst du das abverkaufen. Und vor diesen 10 Wochen, 70 Tagen, gibt es noch einen Bonuszeitraum oder einen Vorlaufzeitraum von 21 Tagen. Der bezieht sich einfach nur auf den Versand, dass du die Bestellung annimmst, dass die Produkte auch ankommen. Und erst ab den 21 Tagen nachbestellt, nachdem du die Bestellung bekommen hast, gelten dann die 70 Tage. Also du hast ein bisschen mehr Zeit. Du musst jetzt nicht denken, okay, es dauert ja eine Woche, bis das Produkt im Lager ist, bis es live geht, dauert es vielleicht zwei Wochen oder zehn Tage. Also da habe ich ja nur 60 Tage. Du hast über 21 Tage Bonus, um die Bestellung zu verschicken, damit es ankommt, damit es live geht. Du kannst auch in diesen 21 Tagen schon verkaufen, das ist gar kein Problem. Oder dann hast du mal noch die 70 Tage. Genau, das dazu. Ich schaue mal kurz auf den Speckzettel hier nochmal. Ist irgendwas, was ich vergessen habe? Genau, Advertising ist keine Pflicht. In der Regel dauert es zwei bis vier Stunden, bis du eine Antwort bekommst. Es kann bis zu zwei Tage dauern. Ich hatte bis jetzt eigentlich immer am gleichen Tag die Bestätigung. Genau, und ja, muss freigeschaltet werden. Und ja, mehr gibt es dazu. Born to run, ich sage, zu sagen, ist eigentlich relativ easy. Solltest du, wenn du ein Vendor bist, auf jeden Fall ausprobieren. Wenn du es nicht hast, schreib mal deinen Vendor-Manager, oder wenn du keinen Vendor-Manager mehr hast, weil der woanders jetzt ist und aufgehört hat zu arbeiten, dann melde ich mal einen Support. Die geben es dir relativ easy frei. Die geben es eigentlich so frei. Man muss nur nachfragen. Also es ist jetzt nicht so ein besonderes Programm, wo man drum betteln muss. Genau. Wenn du Fragen zum Thema Born to run hast, melde dich. Entweder hier unter dem Kommentar, am besten über unsere Webseite. Da sehen wir die Sachen etwas schneller. Und ja, dir weiterhin viel Erfolg mit dem Verkauf auf Amazon. Und bis zum nächsten Video.